Heute für euch im Test mal eine Diamond Batterie. Ja Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, es geht weiter mit dem zweiten Part. So, jetzt für euch im Test. So, heute im Test eine App. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir weiter ballern. So, jetzt für euch im Test das Thundercom Powerpacks. Das Thundercom Brutto, Hyropath, Familiensortiment. Das testen wir heute mal mit meinem kleinen Cousin. Machen wir weiter mit dem Vifer von Leslie. So, jetzt im Test. So, die aktuellen Cubis vom Lidl. So, jetzt die Poison vom Deko. Jetzt im Test die Defenderbombenrohre. Thunderblock 16. So, jetzt geht's. 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 So, jetzt geht's.